Ich bin Ehofold. In meiner geliebten Taverne versorge ich allerlei merkwürdige Gäste mit allem, was ihr Magen so verlangt. Meine Taverne scheint, zumindest von außen, völlig normal zu sein. Trunkenbolde behaupten, sie würde leben, hätte ihren eigenen Willen. Das ist natürlich totaler Unsinn, dachte ich zumindest. Denn eines Tages platzte eine riesige, in Blut getränkte Gestalt herein. Übersät mit tiefen Wunden und scheinbar dem Tode nahe, durchquerte sie den Schankraum und kommt zu mir an den Tresen. Was sie wollte, das erfährst du im neuen High Fantasy Roman von Mark Ellis. Jetzt erhältlich auf BOD, Amazon, Thalia und vielen weiteren Online-Shops. Bis gleich.